Hallo und herzlich willkommen zu Gedanken der Zeit. Heute reden wir über Viktor Schauberger. Ihr bewegt falsch. Vereinfacht kann man dazu sagen, ihr bewegt falsch. Implosion statt Explosion. Ja, Viktor Schauberger ist 1885 in Holzschlag im Schwarzenberg am Böhmerwald geboren und am 25. September 1958 in Linz gestorben. Und er war Förster und dafür war er zuständig in diesem Totengebirges, Konsulent des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft. Erfinder, Naturforscher und Parawissenschaftler und uns interessiert natürlich mehr das Parawissenschaftliche bzw. auch das, was er erfunden hat. Hier habe ich ein Zitat gefunden, was ich sehr gut finde. In jedem Tropfen Quellwasser sind mehr Kräfte vorhanden, als ein mittleres Kraftwerk der Gegenwart zu erzeugen vermag. Also er hat ganz genau verstanden, wie viel Energie tatsächlich selbst in diesen kleinsten Teilchen vorhanden ist, was man ja auch mal gesehen hat, wie zum Beispiel an einem Atom, wie viel Energie in einem kleinen Atom steckt. Ja, und er hat es halt auf einen Tropfen Wasser bezogen, weil er halt, ja, er war sehr naturlieb, ne, daher natürlich auch Förster gewesen und hat einfach auch viel in der Natur beobachtet. Dazu kommen wir aber gleich. Dann habe ich hier eine Seite gefunden. Das ist ein Verein, Verein für Implusionsforschung, die nach Viktor Schauberger, ja, versuchen oder auch generieren, die Erfindungen nachzubauen, eventuell auch weiterzuführen. Und das ist eine ganz interessante Seite. Und sie haben wohl mittlerweile auch schon so einiges Wissen angesammelt. Also wer sich dafür mehr interessiert, sollte da auf jeden Fall mal vorbeigehen. Da sind wirklich gute Tipps und vor allem auch Informationen drin, die man vielleicht nicht überall findet, beziehungsweise sie sind hier sehr gut zusammengetragen. Er hat eine Menge, eine Reihe von Patenten entwickelt. Und wie er ja selber gesagt hat, er hat es einfach aus der Beobachtung der Natur. Und da gibt es zum Beispiel die Geschichte der Forelle, was er an so einem Bachlauf beobachtet hat. Und da war eine ziemlich starke Strömung. Und die Forelle stand einfach in dieser Strömung drin und macht nur ganz wenig Bewegungen, ohne dass sie fortbewegt wird von der Strömung. Ja, und dann mit einem, ich sag mal, Schwanzschlag, schwupp, springt sie einfach über den Wasserfall oder einfach gegen diese Strömung hinaus. Und das hat ihn sehr inspiriert, darüber nachzudenken, wie das passiert, welche Energie nötig ist, damit einmal die Forelle eigentlich mitten in der Strömung fast still stehen kann, ohne dass sie fortgespült wird, und zum anderen mit einem ganz kurzen Energieschub diese Kraft entwickelt, um sich dort gegen diese Strömung zu behaupten, beziehungsweise eventuell dann auch über diesen Wasserfall zu springen. Ja, und das hat ihn zu vielen Erfindungen einfach inspiriert, die er dann einfach nach und nach technisch entwickelt hat und, ja, fort, fort und weiterentwickelt hat. Dann natürlich diese Bachlauf-Geschichte, und zwar ging es auch darum, er war ja auch Förster, also hat er ja auch Holz gefällt, dass die Stämme sehr oft halt in den Bächen einfach, ja, verstaut liegen geblieben sind, sich verhakt haben, und hat dann überlegt, wie er das lösen kann. Ja, und das hat er dann auch tatsächlich gelöst, dass die Stämme halt, ja, weiter fließen und sich nicht immer verhaken. Und da habe ich auch was Interessantes gefunden, das nennt man heute wohl In-Stream-River-Training, und das ist ein naturnaher Flussbau nach Victor Schauberger. Und das ist ein Handbuch hier im PDF, das könnt ihr euch runterladen und euch mal in Ruhe anschauen, und da wird das genauer erklärt, wie das mit dem Strömungsfluss erzeugt wird, dass er halt, ja, diese Eigendynamik erhält, dass er halt Strömung bleibt, dass es in der natürlichen, ja, in der natürlichen Form bleibt, und das Wasser lebendiger wird, es sich besser bewegt, und auch die Qualität des Wassers erhöht wird, und somit, wenn die Qualität des Wassers erhöht wird, natürlich auch die Qualität des Umfelds von diesem Wasser. Also da würde ich auf jeden Fall mal hineingehen, da sind auch sehr interessante Informationen zu finden. Dann hat er, wie gesagt, vieles von der Natur abgeguckt, und hier zum Beispiel die Hörner des großen Kudo waren für Schauberger ein Vorbild für gewendelte Rohrleitungen. Da musste ich auch selber erstmal nachschauen, was überhaupt eine gewendelte Rohrleitung ist, und das sieht dann so aus, also ihr seht auch schon, es ist eine Helix, entweder linksgängige oder rechtsgängige Helix, was natürlich dann wieder an die DNA erinnert, die natürlich ebenfalls eine Doppelhelix ist. Also man sieht, die Natur baut eigentlich alles aus Grundprinzipien heraus auf, und der Herr Schauberger hat sich das einfach genau betrachtet, und dann versucht, in seiner Form halt nachzubauen, und in einigen Fällen ist es ja auch sehr gut geglückt. Seine Forschung. Ein sehr wichtiges Element, das Victor Schauberger im Laufe seiner Tätigkeit gefunden hat, ist so etwas ähnliches wie das Horn einer Kudo-Antilope. Von oben betrachtet ist es zunächst eine Spirale. Sie beginnt außen und dreht sich nach innen, wobei der Querschnitt abnimmt. Von der Seite betrachtet, wird das Hornende mehr und mehr gerade. Das Besondere an diesem Horn ist, dass eine Delle nach innen. Stellt man sich ein Ei vor, die Spitze nach oben, wird ein Viertel davon oben ausgesägt und einfach umgedreht wieder angebracht. Die Ecken leicht abgerundet. Diese Einbuchtung hat nun mehr Umdrehungen als das gesamte Horn. Also etwa hat das Horn drei Umdrehungen und macht die Einbuchtung fünf Umdrehungen. Dadurch bekommt dieser Körper etwas mehr Stabilität. Man hat also eine Spirale, auf der eine Spirale liegt, und das auf fast 60 cm Länge. Es war damals sehr schwierig, so eine Röhre herzustellen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber man sieht, dass die Natur diese Gesetzmäßigkeiten innerhalb sich seiner Art verbaut. beziehungsweise hier in diesem Horn, um einfach diese Stabilität zu gewährleisten, dass dieses Horn, naja, bei den, ich sag mal, wie nennen die das immer, wenn die gegeneinander springen, bei den Paarungen oder sonst irgendwie, halt nicht zu leicht beschädigt, beziehungsweise abbricht. Dann natürlich die Repulsine, und ich glaube, das ist eine, ja, mit der bemerkenden Empfindungen von Viktor Schauberger. Die Repulsine ist eine Biomaschine mit starkem Bezug zum Leben. Das Leben spielt sich in drei Räumen ab, im Gas, Wasser und Erdraum. Wie Lebewesen ist diese Maschine in diesen Räumen verhaftet. Für Viktor Schauberger hat Leben immer zwei Seiten. Eine Phase des aktuell Lebendigen und die Phase nach dem Ableben ist in der sehr wichtige Umbauvorgänge stattfinden. Namen und Funktionen dieses Gerätes hat viel mit dieser zweiten Phase zu tun. Das Leben ist das Labile zwischendurch, weder immateriell noch ganz materiell, ein bewegter, vielseitig, überraschungsreicher Grenzzustand. Und das ist das wichtige. Leben wird erzeugt, auch durch die Wechselwirkung der Elemente. Und das hat er verstanden, weil durch diese Dynamik entsteht eigentlich erst dieses Leben. Und das hat er halt mit dieser Repulsine halt nachgebaut. Und dann, wenn man da tiefer hineingräbt in dieses Thema, dann kommen wir natürlich dann irgendwann zu diesen Flugscheiben, dass er halt damit eine Antigravitation erreicht hat und damit halt diese Flugscheiben ja zum Fliegen gebracht haben soll. Und daraus hinaus sind ja dann, wie zum Beispiel hier, das Haunebu 2 entstanden. Es gab dann noch das 1. Und was man da sieht, diese Kugel ist eigentlich, dieser Antrieb, diese Repulsine und außen herum sind dann die Steuerungselemente und so weiter. Also diese Kugel ist eigentlich, dass dieser Antrieb und das herum ist einfach nur das, um die Personen zu befördern, beziehungsweise dieses Gerät in die gewünschte Richtung zu steuern. Ja, aber Haunebub, woher der Name kommt, ist nach meinem Bisschen auf jeden Fall nicht zweifelzweig zu klären. Das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, ist halt Hanebüchen. Und Hanebüchen kommt ja davon, so wie etwas, ja, das ist ungewöhnlich, das glaubt keiner oder es ist ja an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß nicht genau, ob es damit zu tun hat, aber es ist das Wort, was ich gefunden habe, was dem so am meisten entspricht. Aber wenn einer von euch da eine bessere Deutung hat für Haunebü, dann klar gerne mir in den Kommentaren Bescheid geben. Ja, wie gesagt, dann kommt man zwangsläufig in dieses Dritte Reich und dazu dann zu den Flugscheiben. Davon ist wohl auch mehrere gegeben hat, wobei ich die Glocke nicht dazu zähle. Ich denke, sie hat nichts mit Viktor Schauberger zu tun, weil sie aus einem, nach meiner Sicht, aus einer völlig anderen, aus einer völlig anderen Weise her konstruiert und auch dann umgesetzt worden ist. Sie hat keinen Gravitationsmotor, sozusagen wie die Flugscheiben an sich, sondern es ist ja eine Jenseitsflugmaschine, also sie löst etwas vollkommen, vollkommen etwas anderes aus. Ja, über die Flugscheiben, glaube ich, könnte man natürlich auch ein gesondertes Video machen, aber davon sind schon so viele im Netz. Ich glaube, da brauchen wir nicht tiefer einzusteigen. Dennoch ist die Verbindung ganz klar gegeben zwischen der Repulsine, diesen Antrieb und die Weiterentwicklung, dann natürlich die Verfeinerung und so weiter. Und daran haben auch große deutsche Firmen gearbeitet, die auch noch heute dafür Patente haben. Ja, und man sieht, ein Wirbel hat immer Leben, er erzeugt Leben. Es ist eine Dynamik, die er erzeugt, es ist eine Wechselwirkung und dies hat er sich abgeschaut und hat damit natürlich auch wieder das Wasser lebendiger gemacht. Er hat die Flüsse lebendiger gemacht, ist dadurch auf die Repulsine gekommen. Also für ihn ist der Wirbel ein sehr starker, natürlicher Aspekt, den er immer wieder gerne verwendet hat und in seinem Fall natürlich auch sehr gut weiter ausgebaut hat und für viele verschiedene Zwecke natürlich auch in anderen Formen verwendet hat und das auch heute noch gemacht wird. Wie wir gesehen haben, wird heute immer noch teils nach Victor Schauberger gearbeitet, was ich sehr gut finde, denn da sind wirklich naturnah, sage ich mal, Erfindungen drin, die wir heute für uns einfach viel besser verwenden können, wie das, was ja sehr viel in der Industrie produziert wird. Dann möchte ich das noch erwähnen aus seinem Lebenslauf. 1958, ein US-amerikanisches Firmenkonsortium bietet Schauberger finanzielle Mittel zur praktischen Erforschung der Implosionsenergie an und er reist mit seinem Sohn weiter in die USA. Da soll es so schwerwiegende Auseinandersetzungen gegeben haben, was Schauberger veranlasst hat, die USA wieder zu verlassen und er soll noch einen Vertrag unterschrieben haben, dass halt gewisse zukünftige Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Implosion auf der amerikanischen Seite bleiben sollen. Sämtliche Modelle und Arbeitsunterlagen bleiben in den USA. Ja, und schließlich, Victor Schauberger stirbt am 25. 9. 1958 in Linz, fünf Tage nach seiner Heimkehr aus den USA. Victor hinterlässt seine Frau Maria und drei Kinder Walter Margarete und Huberta sowie zehn Enkelkinder. Also ich finde, Victor Schauberger ist auch ein absolut außergewöhnlicher Geist gewesen, der uns vieles gezeigt hat, wie man es besser machen kann. Einiges ist leider wieder in einigen Schubladen verschwunden, dennoch sehe ich immer wieder, dass doch einige Menschen sich zusammentun und nach Victor Schauberger arbeiten. Das finde ich eine sehr gute Lösung. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ich hoffe, bis zum nächsten Video. Tschüss.